Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starlink Battle for Atlas auf der Switch. Wer beim letzten Mal dabei war weiß, dass wir uns noch auf diesen einen Planeten befinden und ich jetzt aber gesehen habe, dass man bei Equinox ordentlich was machen kann. Zum Beispiel haben wir die Modding Bucht, da können wir was machen. Upgrade jetzt verfügbar. Raumschiff Tuning. Alle Schiffe in deiner Sammel erhalten einen zusätzlichen Booster-Mod-Platz. Was wollen wir haben? Waffenentwicklung. Alle Waffen erhalten einen zusätzlichen Verstärker-Mod-Platz. Perfekt. Was wollen wir haben? Das Labor. Das können wir nicht. Alles Schiffe in deiner Sammel erhalten einen zusätzlichen Booster-Mod-Platz. Das müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir noch mal so viel Kohle zusammen bekommen. Wenn wir das nicht schlecht, was gibt es denn hier? Mod Fertigungsanlage. Mod Fusion. Kombiniere drei gewöhnliche oder ungewöhnliche Mods des gleichen Typs, um einen Stärker herzustellen. Das ist doch cool. Epische Fusion. Ohne drei seltene Mods des gleichen Typs, um eine Stärkere epische herzustellen. Auch nicht verkehrt. Legendär. Ne, legendär war auch noch nicht. Noch hier. Fracht und Ladung. Erhöht den Zugkraft, um das herausnehmen von Direkten zu erleichtern. Machen wir auf jeden Fall. Erhöht die Tragung eines Raumschluss von 5 auf 20 organische Gegenstände. Das ist auch gut. Dann kann man schnell einsammeln. Güterforschung benutzt die Stärker zur Schnellreise zu jedem gelösten Güterturm. Das finde ich ja super. Okay, Flüge. Okay, brauche ich nicht. Natürlich die Orte aller Ruinen aus der Ehre des Elektromrauschenden Atlas. Auch. Eigentlich unsere Anlage. Aber leider nichts mehr. Gut. Fantastisch. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Alles klar. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen mehr. Wenn wir auch hier ein paar unsere Waffen mal erhöhen. Mal gucken, was beim Schiff jetzt mal. Wenn wir auch einen neuen Mod bekommen. Mal da reinsetzen. Und zwar auch dann schon wieder Waffenenergie. Handling. Mehr Erfahrung ist gar nicht so schlecht. Das war mal bei den Waffen. Bei den Waffen können wir... Da haben wir auch einen neuen Mod. Die brauchen wir nicht so groß wie machen. Die auch nicht. Aber hier kommen wir rein. 15% mehr Schaden. Reichweite oder Schaden? Wir machen mal... Wir machen mal... Machen wir die Reichweite. Vielleicht nicht so schlecht. Ja? 15% mehr Schaden plus 6% Zunahme des kritischen Schadens. Ist auch gut. Fett, fett, fett. Fett, fett. Gibt's noch? Mehr gibt's hier gar nicht gerade, ne? So. Jetzt sind wir ein bisschen besser ausgerüstet. Ähm... Warte, wir gucken uns mal kurz eine Mission nochmal an. Ja? So brauchen wir auch nicht. Anger. Starwolf. Da ist das Starwolf. So kann man sich alles angucken. Sammlung. Gut. Wir wollen jetzt... Wollten wir hin? Ja. Wir wollten das Ding auseinander nehmen. Machen wir. Einen abgestürzten Drake wollen wir mal gucken, ob wir da was rausholen können vielleicht. Müsste ja klappen. Tja. Ja. Guna isser? Ne. Buna isser? Okay, jetzt kommt hay י displays. Die Sparte kann wird gehackt. Für eine stabile Verbindung in der Nähe bleiben. Guna isser. Und jetzt kommt ein Gettner? Und jetzt kommt ein Gettner? Oh oh, da war ich mir meine Sache wieder zu sicher. Das müssen wir noch mal machen, das war ja richtig schlecht gerade, ich dachte ich hätte jeden Griff gehabt und habe mich dann leider breitschlagen lassen in die falsche Richtung zu fliegen. So ist ja noch eins noch markiert, so fliegen wir kurz hin. Wenn wir diese Informationen können wir glaube ich gut was anfangen. Coole Hintergrundsounds hier im Spiel zwischendurch. Ich habe noch nicht so viele Tiere hier gesehen muss ich sagen, aber Phantasie haben wir auf jeden Fall hier mit dem. Das ist das Ding. So. Der Legion Datenkern wird gehackt, für eine stabile Verbindung in der Nähe bleiben. Vorsicht Legion Streitkräfte unterwegs. Jawoll! Box 1, Böser Kerl 0. Starlink Datenbank aktualisiert. Ich stehe ins Land! Oh oh. Warnung, die Schiffverstärkung ist eingetroffen. Stopp 1 1, das geht nicht. Rock Erfolgreich Legion Daten erhalten und bearbeitet. Sehr gut. Kann man noch hier was machen können. Also, Bion Ruinen, die beretzt uns ja hundert, nein, nein. auge landes ganz sagen sie hat ja für den bauern des auslösen vielleicht sollten wir uns diesmal anschauen machen wir also wichtig selbst bauen können wir sollen ja etwas aufbauen so also fliegen wir darüber macht schon spaß hier auf zu fliegen die witzig die fresse so wo wir hinkommen ein stückchen weit weg dass ich da würde ich sagen das baugelände und wir kommen in die nähe des baugeländers ist eigentlich die kohle man dafür braucht ich will den großen teil der karte macht er baum war hier aus der 10.000 das aus dem bau des außenpostens initiiert die sternen karte jetzt können wir diesen teil des planeten sehen egal wo wir sind auf dem allianz tracker könnt ihr sehen dass wir immer zahlreicher werden je mehr bewohner von atlas wir inspirieren desto sicherer wird dieser planet gut geht es weiter und jetzt heißt es die prospekte auf weil es zu vereinen eine raffinerie bauen ihre ressourcen geben uns im anstehenden kampf kraft und hoffnung ist so gut wie erledigt ok er ruft der hoffnung eine ordentliche ladung elektrum ist gerade eingetroffen gut dass wir so viele prospekte freunde haben ignorieren sie mich ich schufte nur an der vordersten front der galaxie erkundung dieses upgrade wird unsere sicht stark verbessern das ist doch gut das war ja auch meine intention dass sie alles zu verbessern auf jeden fall noch das hat auch was verkaufen hier errichte eine raffinerie wo kann man die am besten errichten aus dem posten was das denn springer stock gehen wir uns mal da fliegen wir hin zu den springer stock denn die sollten wir auch zerstören wenn wir jetzt 1 2 davon zerstören kommen wir vielleicht noch näher ran und auf einer raffinerie zu bauen die sind aber nicht freundlich sind das sind alle ganz nett hier aber die beiden nicht werden kann ich gar nicht die kann ich gar nicht zerstören weil wir sehen dass er einen totenkopf hat ich glaube ich platz sind nicht gerade unauffällig ich konnte ihre bewegungen bis zu ihrer operationsbasis verfolgen ich ganz gut den nicht zu zerstören wird nicht mal ein level anzeige hat wo wir sind die richtung ich muss mich für einsamen zwischendurch das haben wir da habe ich gar nichts mehr aber etwas was wir ticken können ach man das gibt doch gar nicht ich komme da immer wieder drauf diesen knopf das ist so blöde das nervt total noch mal so ein patch oder vielleicht habe ich auch nicht raus und das macht das kann man ja den kontroller im politen lassen und dann mit dem pro kontroller spielen also wenn das jemand weiß er die information an mich weil mich nervt total viele wird man pro kontroller spielen das ist ein neuer attacke das ist schmerzhaft aus die karte wurde aktualisiert warte mal warte mal warte mal was kostet mich dieses die raffinerie kostet gar nichts aber ich brauche zwei erst mal ein paar sammeln wir waren ja hier das heißt wir können hier den auch noch erledigen wir haben die ganzen rohstoffen hier vorbei na gut machen wir es mal in denen denen bekanntes schiff sofort den kurs ändern ich führe wichtige forschungen durch und kann keine ablenkung gebrauchen wir sind von der equinox und ich glaube du kennst unseren kräpten st grant aber sicher kaum zu glauben wie geht es ihnen es ist ein kranker ist nicht mehr bei uns tut mir leid es muss schwer sein bitte folgt mit zu meinen außenbossen wir müssen reden ist denn da noch da habe ich den mund etwas zu voll genommen vielen dank auch ok kann man nicht kaufen ich glaube dass uns das schicksal zusammengeführt hat vor jahren starteten st grant und ich ein projekt das die legion endgültig zerstören könnte unsere wege haben sich getrennt bevor die forschung beendet war für atlas und für die galaxie ihr müsst mir helfen sie abzuschließen ok ich weiß ja nicht ob sie so hat st grant sie damals nicht fallen gelassen ich glaube auch das ist der erste schritt zur rettung der galaxie ich schicke die koordinaten eines schwarm artefakts nachdem ich ein jahrhundert lang gesucht habe ich nenne es den grund stein und ich habe jahrelang nach meiner spezies gesucht wie hast du das artefakt aufgespürt ihr habt das schwarm exemplar mit dabei das ist der grund warum wir in atlas sind wir versuchen ihn nach hause zu bringen ein törichtes unterfangen das ihr bereuen könntet wie kannst du sowas sagen gehört zu uns zu euch ihr habt keine vorstellung wozu sie in der lage sind bitte versteht dass der schwarm sich erheblich von unserer spezies unterscheidet sie sind eher wie heuschrecken eine unaufhaltsame zerstörerische natur wenn er so gefährlich ist warum versuchst du dann ihn zu finden weil der schwarm der schlüssel zu unser aller zukunft ist was der drauf hat nicht dass es denn nachher so ein freak ist der uns alle umbringen will die ranken haben ein großes trümmerteig gefangen wenn ihr das artefakt an euch bringen wollt müsst ihr es freiräumen ok diese bots kontrollieren das wachstum der ranken und sie sind mit starken neurotoxinen übersät sie müssen entfernt werden in diesem höhlensystem liegt der grundstein verborgen aber auch gefahren diese ranken sind viel zu giftig als dass ich mich ihnen nähern könnte ich habe mir die freiheit genommen euer schiff zu scannen das schild system wird eure sicherheit garantieren cool es ist wie gartenarbeit nur mit düsen es ist wirklich erstaunlich dass du und sein grant zur selben spezies gehören vielen dank an analyse das nova kann leichter entfernt werden wenn es mit kälte waffen anvisiert wird war ich doch gerade hier ach hier ach so warte mal ach ok wir müssen eine ranke nach der anderen rausziehen hey leute ich mach mir ein bisschen in die hose äh glaubt ihr wirklich judge könnte uns gefährlich werden levy ist dir bewusst dass ich auf diese frequenz mithöre oh tut mir leid bin ebenfalls besorgt wie viel wissen wir eigentlich über das ding ist judge jetzt das ding seit wann das denn seit ich mich frage ob judge eine bedrohung darstellt leute ihr wisst dass judge mithört oder bitte lasst euch von meiner gegenwart nicht aufhalten ihr seid alle sichtlich besorgt wir müssen irgendwie da oben rauf und diese ranken da zu viele unbekannte das unbekannte ist der grund warum wir hier sind ja und wir alle kennen judge er ist nicht gefährlich ich dachte auch dass ich sand grant kenne jeder scheint seine geheimnisse zu haben also einige neuen hier sein ich habe keine mehr ich habe keine mehr da kommen wir aber nicht ran so das nova kann leichter entfernt werden wenn es mit kälte waffen anvisiert wird noch eine ranke da kommen wir jetzt irgendwie durch der weg ist jetzt frei ok drei randen das reicht ja sehr gut holen wir uns ja das ist wo kommen wir längst warte hier ihr habt es geschafft ihr habt ein echtes schwärm artefakt geborgen für eine spezies kurzlebiger säugetiere ist das erstaunlich viel ja dankeschön aber Säugetiere wollen wir nicht genannt werden mit euch allen ist es fast so als wäre Sand Grant dabei ich sehe Facetten seiner Persönlichkeit in jedem von euch bis auf Levi hey jetzt brauche ich das Artefakt das Schicksal tausender Welten steht auf dem Spiel wo bist du denn? ok bringen wir das noch schnell hey 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 turbo wo muss es da muss es denn ok man 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 hervorragende Arbeit Equinox platziert den Grundstein jetzt auf dem zentralen Bau die Verbindung beider Elemente wird die lange verborgene Macht entfesseln und uns den Weg zum Schwarm weisen ok ok wie kommen wir da hoch? ok so wo auch nicht ok ist unser Ruf geschleidet worden? ok 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 Ich bin mir nicht sicher, ob man ihr trauen kann. Die hört sich so eng, jetzt ist sie doch leicht fies an, oder? Bleib doch mal stehen, ey. Das ist so scheiße, das Ding gleitet immer gleich weiter. Ey, das ist doch geklappt. Wie soll man da hochkommen? So, warte mal. Geh rauf. Bleib doch mal stehen, ey, du scheißteil. Bleib doch mal stehen. Das ist doch, weil er, weil ich sie, diese, ach, denn, Mann, ey. Was, was, wenn man auf diesen Knopf doll draufdrückt, dann erinnert er immer die Ansichten. Das ist ein bisschen blöd gelöst. Ich weiß nicht, warum man das auf so einen Button machen muss, der direkt... Ich kann das nicht erinnern, aber ich lasse mal in der Steuerung, das nährt mich auf der Fall. Gameplay? Sorge. Der Drücken nach hinten ist doch total behindert. Okay, kann man nicht, man kann sich das mal angucken, das ist doch blöd. Na gut. Wir versuchen so mal, jetzt so hochzukommen. Das ist auch ein Raumschiff und kein Typ, mit dem man run-mäßig spielt, oder? So. Hier. Hm. Ey, es ist doch beschissen. Wie soll ich denn da hochkommen? Was ist so ein Ding und eine Möglichkeit? Ich will mich aber irgendwie hochschleudern von irgendwo. Ich will doch einfacher gehen. Ich will mich echt nicht hoch. Bleib doch hängen. Es gibt sich... Es ist so... Mann, ist das nervig, ey. Hat sich denn diese Steuerung so ausgedacht? War behindert. Ja, und wieder runter. Wie soll ich denn da ganz hochkommen? Das ist doch... Da ist doch gar kein Stein mehr. Das ist da, oder? Wie komme ich da jetzt hoch, bitte sehr? Aber ganz im Ernst. Äh, verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie man da hochkommen soll. Ist das hier mit so einer Schleuder, oder so? Die Waffe hat keinerlei Effekt. Okay, jetzt verstehe ich es. Oh, Mann. Der macht leicht lösen können, so, oder? Verdammte Achse, ey. Okay, 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 es war meine Schuld. Ja, man hätte besser auf achten müssen. Aber trotzdem ist es eine bescheuute Lösung, im Raumschiff springen zu müssen. So, mal ganz im Ernst. Mal. Dann bleib hier. Den Stein darauf hin zu händen. Warum bleibst du denn nicht da oben? Du bekacktes Teil. So. War der gekommen? Bleib stehen. Ich will daran vorbeikommen. Jetzt müssen wir da oben rauf, na, auf den. Okay. Pah! Gibt es noch mehr, was man abschießen muss? Ich bin gerade ein bisschen überfragt hier. Also irgendwie... Ich weiß nicht, warum. Gibt es noch mehr, was man... Gießen muss oder muss man noch irgendwas extrahieren hier noch? Fresslich. 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 Ich will nur da hoch. Gibt es noch hier hochschleudern kurz? Ich will nicht. Okay. Ich will doch hochkommen. Ich bin da langsam albern. bleibt doch hier oben das ist doch nicht macht gar keinen spaß mehr ich weiß zwar noch nicht wieder hochkommen soll man ganz ernst aber ist doch quatsch stehen stehen nein Nein, es fliegt wieder rüber. Ich werde mal aufkommen. Nicht wahrn. Ist doch nicht normal. Mann, argh. Hört sich das denn wieder ausgedacht hier? Oder? Ich meine, ganz im Ernst. Wie komme ich da denn nicht ganz normal drauf? Mann, ich muss mich bei jedem Sprung anhalten. Das nervt doch auch. Das hätte ich doch auch anders lösen können. Das ist jetzt so wieder... Ist doch blöd gelöst, wirklich. Nein! Ach man, kein Spaß sowas. Man kommt ja gar nicht voran. Das macht doch wirklich kein Spaß. Ganz im Weg wieder hoch. Aber jetzt... Ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Probieren wir nochmal. Hüpft doch nicht immer gleich so weit. Also man kann es echt nicht steuern. Ich drücke dann einmal drauf. Und er hupt letztlich. Vielleicht sowas von nach oben. Ist der Teil behindert? Also das ist wirklich dumm gelöst. Nein! Och Mann! Ey, das macht echt keine... Was denn? Ist doch total blöd gelöst. Ich kann doch auch nichts anderes machen hier, außer da hoch zurückzutragen. Oh, ich... Ich würde das blöde Teil davon abgeben. Könnte ich gar nicht machen. Ich würde das blöde Teil davon abgeben. Ok, das ganze Spiel gerade. Ich stehe nicht, wie so da ab und zu ... Ab und zu hüpft er mal richtig hoch? Agle zu hüpft er nicht hoch. Geht es nicht. Ab und zu hüpft er gar nicht hoch. Ach... Bleib doch mal stehen, er will immer gleich weiter fliegen. Das Kotzen, ey. Ich hab noch nirgends keine coole Rampe, wo ich sagen könnte, kriegst du halt da nochmal die coole hoch. Geht einfach nicht. Ich versteh das nicht, Leute. Ich versteh das nicht. Ich mach was gleich aus, weil ich keinen Bock drauf hab. Wie scheiße hier zu machen die ganze Zeit. Ich daran verzweifle. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Unsere Expeditionsverbündeten haben eine Ladung Verbesserungen geliefert. Schön für die. Ich will da hoch. Und jetzt? Wie komm ich jetzt da rüber? Ich muss erstmal da hinten hochkommen. Wie soll ich denn da hochkommen? Muss ich ja hier irgendwie auf dem Planeten da rechts daneben landen? irgendwie. Es ist nicht euer Ernst, ey. Ganz im Ernst. Bescheuert oder ich? Oder hab ich irgendwas gesehen? wo man da noch anders hochkommen kann. Wie sieht es aus, man gar nicht da hochkommen kann. Ich verstehe es auch nicht. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie soll ich denn da rüberkommen? Das ist ja ein unmöglicher Stunt fast. Wie soll ich denn da rüberkommen? Und dann fällt er runter. Mann. Ich verstehe es. Ich verstehe es nicht. nicht. Wie das jetzt Spaß gemacht, das Spiel, was hier versorgt ist, mir gerade. Wird da hoch? Möchtest du viel Schub? Ein bisschen? Ich kann auch keinen Schub geben, das ist so blöde. Das ist doch... Doch gar nicht, ey. Was haben die denn gemacht, bei dem Spiel hier? Ich weiß es nicht. Also... Ja, ja. Ich kann nicht da hochkommen, das ist... Ja, Leute, ich tue euch das auch nicht weiter an. Ich komme da nicht hoch. Ich muss das dann irgendwie mal so lange ausprobieren, bis ich es schaffe. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss. Das ist doch auch nicht PO, das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Bis zum nächsten Mal.